Jeder, der gerade bei YouTube angemeldet ist, dieses Video sieht und keinen Kommentar schreibt, kriegt eine Dildo-Klatsche. Und because I hate subtitles, click here for an English explanation. Wow, that looks so good. Okay, ich versuch's kurz zu machen. Wir haben vor, ein Format von Giga zu übernehmen, was der ein oder andere von euch eventuell schon kennen könnte. Es geht um den Feedback-Podcast, die Idee klauen. Stiepitz und Mausen hamstern wir einfach mal für uns jetzt, weil wir da auch Bock drauf haben, da wir finden, dass die Community-Interaktion an YouTube so ziemlich das Coolste ist. Also wäre der Plan, dass wir dann wöchentlich oder alle zwei Wochen ein Video hochladen, wahrscheinlich nur Audio, eventuell mit ein paar Bildern, indem wir eure Fragen beantworten, auf euer Feedback eingehen oder eventuell eure eigenen Ideen für unsere Videos ausdiskutieren. Und je nachdem, wer da gerade Zeit hat, sind wir vielleicht alle fünf am Start oder auch mal nur zwei. Das steht noch nicht so ganz fest, das wird dann wahrscheinlich auch unterschiedlich sein, da wir ja nicht mehr alle in derselben Stadt wohnen. Wie dem auch sei, das Video oder, ja, Video kann man dann fast nicht mehr sagen, aber das Ding wird dann halt aus einem deutschen und einem englischen Teil bestehen, würde ich mal vermuten. Und ja, je nachdem wie und ob ihr darauf Lust habt, wird es dann wöchentlich, monatlich, alle zwei Wochen kommen. Wir werden sehen. Auf jeden Fall haben wir da Bock drauf, weil Kommentare sind eh das Coolste. Und jo, dann schreibt mal alles rein, was euch einfällt. Möglichst nicht so Schwachsinn. Oder vielleicht auch ein bisschen Schwachsinn. Aber an sich ist es halt cool, weil in Ask beantworten wir zwar auch Fragen, aber hier kann man halt so richtig ausführlich auch mal auf Fragen eingehen. Da hätte ich schon Bock drauf und die anderen auch. Und jo, das wäre es soweit. Schreibt jetzt eure Kommentare da rein! Alles cool, alles cool, okay. Wow, so, same shit, different language, I guess. Oh my god, that's weird. I haven't been talking in English for like, um, I don't know, forever. It's been a long time, okay. Oh my god. Yeah, talking in English is fun. So, the plan is to post a new video series on this channel exclusively. And, yeah, maybe once a week or once a month or every two weeks. We don't know yet. Depends on how much you like this new video series. It's gonna be a feedback podcast. Podcast, I don't know how to pronounce it. So, and that's why we need your comments. Comments, questions, video ideas, I don't know. Everything you want. The more, the better. And then we're gonna answer your questions and discuss your feedback. And, yeah, we can say, yeah, that's a good idea. We're gonna do it. And, yeah, the feedback podcast will be audio only and maybe a few pictures in it. I don't know yet. We'll see. And it will consist of two parts. A German part at first. And then there will be the English part where we all gonna try to talk English. Like I do now. That's so freaking awesome. So, anyways, yeah. That's why we need your comments. The more, the better. So, don't leave this video without posting a comment. Oh, my God. I'm so weird. Sorry. 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 Okay. So, I cannot say for sure yet how many people will be. Maybe all of us. Five people. But I think it will be different each video. We'll see. So, please don't leave. Leave this video without posting a comment, a question, whatever. And, yes, do it. We will answer your question. We will answer every question. Oh, my God. That's so weird. That's so weird. Stop it. Stop it. Hello, Bruce. Talking in English is so much fun. Have a cup of tea with me. Please, please. And then we'll go to that castle over there. That was fun. I'm so looking forward to the English section of that podcast thingy. Shit. Bullshit. Yeah, I'm out of here.